Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wolfus und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatoren. Gespann uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Könnte ein klasse Spiel werden. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Und los geht's! Das Spiel wird uns nicht enttäuschen. 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 Block den Schuss erst mal ab. Ja, das könnte was werden jetzt. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Das hätte Prinz nicht werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Erasmus. Das wird hier Ecke geben. Der kurze Eckball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Ball ist erst mal weg. Guter Pass. Den spielt er gut. Ist es das? Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Kann jetzt über den Flügel kommen. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Wo ist Nack? Machen sie jetzt gut. Weiter geht es mit einem Einwurf. Könnte die Führung werden. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Wo ist Nack? Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da passt er auf. Und dann ist der Ball doch weg. Macht die Abwehr gut. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Aber da kann die Abwehr aufatmen. Sie holen sich diesen Steilpass. Die erste Hälfte ist vorbei. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spiehlälfte. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spiehlälfte. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Könnte der Ausgleich werden? Ah, da fällt das Tor und sie sind zurück im Spiel. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, ja, ich glaube, das können der Karte nach sich ziehen. Das ist korrekt. Es gibt Geld. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Ja, ich glaube, das kann er ausgleichen. Ja, ich glaube, das kann er ausgleichen. Da ist die Chance. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Raúl Ruiz-Diaz. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Geht einfach vorbei. Vielleicht die Führung jetzt. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Oh ja, Klasse gehalten. Hatte Ball erneut Sieger. Schön diesen Pass abgefangen. Lodero. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Entscheid ist schnell und richtig, gibt Vorteil. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt der Vorstoß. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Erasmus. Die Chance für den Konter. Klasse Pass. Super gemacht, der macht sein nächstes Tor. Nummer zwei am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. Und sie haben die Führung. Er versucht es, aber der Ball geht doch weit vorbei. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Wartet gut ab, gibt dem Mitspieler ein bisschen Zeit nachzukommen. Könnte der Ausgleich sein. Der passt. Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch eine Wahnsinnsschlussphase. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2 zu 2 passiert. Erasmus. Abgefangen dieser Ball. Raul Ruidias. Ja, mit viel Übersicht. Chance zur Führung. Oh, ich glaube, das war es vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Nachspielzeit, Torführung. Wir sehen hier noch mal in der Wiederholung eine tolle Aktion. Und vor allem eine wichtige und vielleicht schon entscheidende Aktion. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Knapper Sieg am Ende. Und das war schon beeindruckend, wie sie das Resultat über die Zeit gebracht haben. Das zeigt, in der Mannschaft stimmt es. Und so ein Ergebnis, das schweißt das Team noch enger zusammen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Tja, er hat Anlass zur Freude, würde ich mal sagen. Gute Leistung. Sieg eingefahren. Gelungener Arbeitstag. Gute Leistung. Gute Leistung. Gute Leistung. Gute Leistung. Gute Leistung.